So, das Thema, wie gesagt, Corona-Krise, wirtschaftliche Erholung und neue Herausforderungen. Drei Themen, drei Punkte, wirtschaftlicher Ausblick, ein kurzer Abriss über die Weltwirtschaft in Euroraum und Deutschland. Eine Herausforderung ganz aktuell, wir stehen in Deutschland vor der dritten Welle, voraussichtlich, und das gibt ein Wettrennen mit dem Impfen. Und im Moment sieht es nicht gut aus. Wir schauen uns die Impfstrategie und auch den Impffortschritt und den voraussichtlichen Impffortschritt ganz genau an. Da habe ich einige Folien mitgebracht. Wir haben da auch Simulationen durchgerechnet, wo man sehen kann, wovon das abhängt, wie schnell wir da vorankommen. Gestern waren wir ja auch noch im Gespräch, oder vorgestern waren wir noch im Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Da waren das natürlich auch zentrale Themen. Die zweite Herausforderung, Insolvenzen und Schulden. Sowohl jetzt die Insolvenzen bei den Unternehmen, wie sich das entwickelt, die sind natürlich zurückgegangen, aber auch die Staatsschulden und was das heißt, zum Beispiel für die Schuldenbremse in Deutschland und ob wir die einhalten können im nächsten Jahr, ob das überhaupt sinnvoll ist. Dazu auch ein paar Bemerkungen. Also zum ersten Punkt, wie sieht es aus in der Weltwirtschaft? Wir haben gesehen einen wirklich kräftigen Aufschwung beim Welthandel. Also die Globalisierung ist im gewissen Maße zurück. Sie sehen hier zum Beispiel Daten zum Containerumschlag hier in orange. Der ist im Lauf des Jahres 2020 wieder sehr deutlich angestiegen. Sie sehen auch den Welthandel insgesamt in blau. Nach einem tiefen Einbruch hier 15 Punkte zurück über Krisenniveau. Also bereits zum Jahreswechsel ist der Welthandel über Vorkrisenniveau. Ich denke, das ist schon beeindruckend. Und wir sehen auch, die Weltwirtschaft entwickelt sich sehr positiv. Auch da erwarten wir hier, das ist in grün, die Wirtschaftsleistung für die betrachteten Länder. Das umfasst den größten Teil hier. Nächstes, also im Lauf dieses Jahres oder in der ersten Jahreshälfte noch überschreiten wir da das Niveau von vor der Krise, also vom vierten Quartal 2019. Es gibt natürlich auch sehr viel Nachfrage nach Konsumgütern, nach medizinischer Schutzausrüstung, wo wir eben auf die Lieferketten auch uns verlassen müssen. Und das funktioniert im Moment sehr gut. Das liegt natürlich auch daran, dass gute Teile Asiens, China ja auch die Corona-Pandemie sehr schnell eingedämmt haben. Man kann zwar nicht reisen, es ist schwer dorthin zu reisen, aber die Güter und der Warenhandel, das funktioniert sehr gut. Wir haben also für das Weltbib eine Entwicklung, eine tiefe V-Rezession mit einem Häkchen am Schluss, aber im Prinzip entwickelt sich das robust weiter. Natürlich gibt es da auch Engpässe. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Wir haben genau hier gesehen, wirklich einen dramatischen Anstieg der Seefrachtkosten. Also hier einmal die Kosten in US-Dollar nach einem gewissen Maß Richtung von China, Ostasien nach Nordeuropa oder nach Nordamerika. Und Sie sehen, das sind schon teilweise Vervierfachungen. Also da sehen wir auch einen gleich sehr starken Kostendruck. Wir haben auch eine recht heterogene Entwicklung nach Regionen und Wirtschaftsbereichen. Wenn Sie sich die Wirtschaftsbereiche anschauen, hier haben wir die Einkaufsmanager-Indices. Die sind in der Welt insgesamt oberhalb, größtenteils oberhalb der Wachstumsschwelle. Interessant ist hier natürlich auch wieder China, wo beides sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungsbereich in der Wachstumsschwelle sind. Das liegt natürlich auch daran, dass dort nach Eindämmung der Pandemie auch die Dienstleistungen, auch die konsumnahen Dienstleistungen gut laufen und man sich wieder freier bewegen kann, wenn auch nicht außerhalb des Landes so leicht reisen kann. Interessanterweise auch in USA, hier in blau, sehen Sie doch sehr deutlich diesen Aufwärtstrend oder in den Erwartungen bei den Einkaufsmanager-Indices sowohl im verarbeitenden Gewerben als auch bei den Dienstleistungen. In Europa ist die Entwicklung anders. Da sehen wir dann doch, dass die personennahen Dienstleistungen sehr stark beeinträchtigt sind. Wir sehen auch, dass das insgesamt auf die Dienstleistungen durchschlägt. Hier haben wir also eine deutlich negativere Erwartung und also eine Pause im Wachstum im Euroraum. Noch ein bisschen den Blick um die Welt. Wir sehen, der Ölpreis, das ist natürlich nichts Neues, ist im Zuge des Jahres 2020 doch wieder deutlich angestiegen und dementsprechend, nachdem wir jetzt ja sehr negative, Entschuldigung, blau ist hier die Unsicherheit, orange ist der Ölpreis, also der Ölpreis hier in der zweiten Jahreshälfte und jetzt zum Jahresende 2020 und in 2021 deutlich angestiegen. Das heißt, auch die Inflation ist zurück und wird höher bleiben. Natürlich ist da ein bedeutender Basiseffekt relativ zu den Energiepreisen. Interessant, der Ölpreis teils durch den Anstieg der Nachfrage, teils durch entsprechende Förderanpassungen bei den Ölförderländern sind wir wieder hier auf Vorkrisenniveau von 2019. Aber neben den Frachtkosten und den Energiepreisen haben wir auch bei den Lebensmittelpreisen einen deutlichen Anstieg. Das denke ich oder denke nicht nur ich, sondern auch viele andere schlägt natürlich auch durch auf die Inflation generell. Die Unsicherheit, wie ich schon sagte, über die Wirtschaftspolitik ist weiterhin sehr hoch. Auch ein Grund, warum wir uns damit heute noch beschäftigen. Ein bisschen auf die Finanzmärkte ein kurzer Blick. Hier sehen wir natürlich bei den Inflationserwartungen, das sind jetzt die längerfristigen Inflationserwartungen hier, die gestrichelten Linien über die nächsten fünf Jahre aus Finanzprodukten herausgerechnet. Das ist nicht immer das verlässlichste Maß, weil es sehr schnell auch auf die aktuelle Inflationsrate reagiert, wahrscheinlich überreagiert, aber wir sehen da einen deutlichen Anstieg. Und der ist blau, hier hellblau USA, dort deutlich stärker ausgeprägt. Hier sehen Sie die Inflationserwartungen über zwei Prozent inzwischen. Und aber auch im Euroraum hat das nachgezogen. Wir sehen ja auch diesen Anstieg hier im Euroraum. Das schlägt sich auch auf die Zinssätze niedrig, ich meine nieder. Sie sehen hier durchgezogen, die mit durchgezogenen Strichen die Renditeentwicklung für zehnjährige Staatsanleihen. Das ist also deutlich auch in den USA angestiegen, über ein Prozent. Wundert einen auch nicht, wenn man sieht, wie stark die Staatsverschuldung dort steigt. Es ist also nicht nur Inflation, sondern auch der starke Anstieg der Schulden. Es ist auch interessant mal zu schauen, das Congressional Budget Office macht ja immer längerfristige Prognosen oder Hochrechnungen für die Zukunft. Und da sieht man, dass die zwar noch drei, vier Jahre niedrige Zinsen erwarten, aber dann doch einen deutlichen Anstieg in den Zinskosten. Dann fängt dort die Schuldenquote auch stark an zu wachsen. Auch nicht nur wegen den Zinsen, sondern zusätzlich den Gesundheitskosten. Im Europa sind die Zinsen immer noch sehr niedrig. Sie sehen hier und im negativen Bereich im Euroraum. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die EZB da stark dagegen hält. Sie hat ja jetzt kürzlich auch die Geldpolitik noch einmal gelockert. Sie kauft mehr Anleihen, um sozusagen diesen Anstieg auszubremsen. Zum Vergleich, in den USA haben wir zusätzlich den American Rescue Plan, also 1900 Milliarden US-Dollar zusätzliche Ausgaben. Hat ja auch schon Donald Trump einiges vorgelegt, aber jetzt eben auch noch mal unter beiden kommen noch mal 9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Staatsausgaben hinzu. Das ist natürlich erstmal ein Riesenprogramm. Trotzdem sollte man die Effekte auch nicht überschätzen. Wir haben eine Modellsimulation in einem empirischen, aber auch strukturell geschätzten Modell der US-Wirtschaft und des Euroraums herangezogen, um mal die Effekte solch eines Plans ganz grob etwa abzugreifen. Und wir rechnen etwa mit einem Effekt, das verteilt sich ein bisschen, nicht nur auf 2021, aber auch danach von ungefähr vier Prozent mehr für das BIP. Warum so deutlich unter den neun Prozent Ausgaben? Naja, ein großer Teil sind natürlich direkte Transfers an die Haushalte. Da werden nicht alle Gelder, die man vom Staat bekommt, gleich wieder ausgegeben, sondern gerade Haushalte, die jetzt nicht so arm dran sind, werden einen Teil auf die hohe Kante legen. Das haben wir auch schon vorher beobachtet bei ähnlichen Programmen in früheren Rezessionen, zum Beispiel in der Finanzkrise. Hinzu kommt, dass ein Teil der Ausgabe des Geldes an die Bundesstaaten geht und das voraussichtlich dazu dient, dass eben die Bundesstaaten ihre Ausgaben hochhalten, aber nicht erhöhen, sondern vermeiden, selbst höhere Schulden aufnehmen zu müssen. Unsere Prognose im Sachverständigenrat für die USA ist 6,3 Prozent in 2021 und 4 Prozent in 2022. Für China sehen wir starkes Wachstum von gut 8,5 Prozent. Jetzt ist mir hier mein Stift, den muss ich kurz wieder in Gang bringen. Von 8,5 Prozent und 2022 4,8 Prozent. Der Euro-Raum, die Erholung pausiert bei uns im Winter 2020, 2021. Zum einen, weil wir eine erneute Infektionswelle hatten. Es sieht ein bisschen unterschiedlich aus in unterschiedlichen Ländern, aber doch generell ein Anstieg der Infektionen. Wir haben das in Deutschland zunächst jetzt wieder einigermaßen unter Kontrolle bekommen, aber leider sieht es so aus, wie wenn das wieder hochgeht. Unsere Prognose für den Euro-Raum hier 4,1 Prozent in 2021, 4,2 Prozent in 2022. Sie sehen also ganz klar, die China, andere asiatische Länder laufen uns davon. Die USA, auch dort das Wirtschaftswachstum deutlich stärker aufwärts gerichtet als bei uns. Wir haben eine Zweiteilung, das habe ich schon erwähnt. Das ist jetzt der Blick direkt auf Deutschland und hier sehen wir das verarbeitende Gewerbe. Natürlich zu Anfang des Jahres oder im zweiten Quartal 2020 ein tiefer Einbruch, dann die Erholung im dritten Quartal und seither geht es weiter aufwärts. Also die Infektionswelle, die zweite Welle, der Lockdown, in dem wir ja immer noch sind, das sind ja nur kleine Lockerungen, hat die Industrieproduktion, das verarbeitende Gewerbe überhaupt nicht aufgehalten, sondern eben den konsumnahen Dienstleistungssektor. Was wir auch sehen, dass die Auftragseingänge sehr gut sind. Das ist für Deutschland doch eine gute Entwicklung. Das liegt daran, dass wir Auftragseingänge aus China, aus USA haben. Also die Exporte in die Welt außerhalb des Euro-Raums laufen gut und das hilft uns in Deutschland. Das ist aber auch natürlich ein großes Risiko. Wenn wir jetzt in eine dritte Welle gehen, wenn es zu einer Verschärfung des Lockdowns kommt, dann kann man natürlich nicht von vornherein davon ausgehen, dass diese Zweiteilung erhalten bleibt. Wenn man Einschränkungen vornimmt, die direkt auch das verarbeitende Gewerbe betrifft oder auch Homeoffice-Gebote, die vielleicht dann doch das Wirtschaften letztlich schärfer treffen, dann muss die Zweiteilung nicht erhalten bleiben. Das ist ein Risiko einer dritten Welle und eines verlängerten und verschärften Lockdowns. Da muss man darauf achten, dass natürlich wenigstens diese Produktion, wo ja die Auslandsnachfrage sehr hoch ist, erhalten bleiben kann und die Menschen da auch arbeiten können, die entsprechenden Bedingungen gegeben sind. Man aber auch, dass mir nichts, dir nichts mal schließt oder es dazu kommen lässt, dass es von Industrieseite Betriebsschließungen gibt. Auf der Dienstleistungsseite, konsumnahen Dienstleistungsseite, Gastgewerbe, Reisedienstleistungen, Einzelhandel, da sieht es natürlich schlecht aus. Das sehen Sie schon mal daran, dass die Echtzeitindikatoren für soziale Aktivitäten, also zum Beispiel die Passantenzahlen, die sind wieder auf dem Niveau jetzt gewesen wie im Frühjahr. Die Passantenzahlen, da sieht man das ganz deutlich und wenn jetzt noch mal verschärft wird, dann wird es dahin auch wieder zurückgehen. Das sieht auch für den Einzelhandel entsprechend aus. Hier, das ist ein bisschen jetzt angestiegen mit den leichten Lockerungen, aber immer noch schwer beeinträchtigt. Nicht so viel besser als jetzt im Frühjahr. Und auf der anderen Seite, das macht schon Unterschied. Sie sehen, die Menschen sind zum großen Teil wieder an den Arbeitsstätten. Also der Google-Index hier, Arbeitsstätten und auch der Mobilitätsindikator, ist schon nicht so tief gefallen wie jetzt oder ist, hat sich wieder erholt und ist auf einem höheren Niveau als im Frühjahr, weil dann doch mehr Menschen auch wieder am Arbeitsplatz arbeiten. Für Deutschland haben wir eine Prognose hier, die hat sich etwas verändert. Allerdings kam das nicht überraschend. Wir haben natürlich, hier sehen Sie noch mal in grün die Prognose vom Jahresgutachten, vom November. Da haben wir natürlich auch schon in Betracht gezogen, dass es zu einer Verlängerung des Lockdowns kommen könnte. Wir haben also Abschlagsrechnungen vorgestellt. Die waren aber nicht in der Basisprognose, dass die grüne Linie und die orange Linie für das erste Quartal, das entspricht jetzt mehr unseren Abschlagsrechnungen vom November. Wir haben also im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang von etwa zwei Prozent. Der ist natürlich in den direkt betroffenen Bereichen viel tiefer, aber die gute Entwicklung bei der Industrie beim Verarbeitengewerbe gleicht das aus. Und wie Sie wissen, vielleicht im vierten Quartal lief es dann doch etwas besser, sodass es da zu einem leichten Wachstum noch kam. Der Einzelhandel dann, der Online-Einzelhandel vor Weihnachten war dann doch ja sehr stark, aber umso stärker geht es jetzt zurück. Wir hatten ja auch die Umsatzsteuersenkung, die führt jetzt einfach dazu, weil ja zum Jahresende die Umsatzsteuer wieder hochging, dass eben Ausgaben, die die Haushalte vielleicht, also ein Autokauf, Möbelkauf vielleicht erst im ersten oder zweiten Quartal getätigt hätten, die wurden vorgezogen in das vierte Quartal 2020, aber umso tiefer dann natürlich der Einbruch in diesem Quartal. Im Moment erwarten wir eine schnelle Erholung. Sie sehen, bereits im zweiten Quartal zieht das deutlich an und wir kommen eigentlich zum Jahresende in unserer Prognose wieder auf die gleiche Situation wie in der November-Prognose. Also wir erwarten hier immer noch eine, das Erreichen des Vorkrisenniveaus zum Jahreswechsel, also Jahresende oder im Lauf des ersten, zweiten Quartals 2022. Das wäre dann dort 2022 auch schon wieder eine volle Auslastung des Wirtschaftspotenzials. Von den Wachstumsraten dann jahresdurchschnittlich 3,1 und 4,0 Prozent für Deutschland. Wo stehen wir relativ zur Vorkrisenzeit? Naja, Sie sehen das hier mal an der Bruder Wertschöpfung. Das ist so mein letzter Blick auf die Wirtschaftsleistung. Wir sind immer noch knapp 5 Prozent unter Vorkrisenniveau. Hier sehen Sie das zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal und da sehen Sie auch die Komponenten und im verarbeitenden Gewerbe starker Rückgang, aber der Beitrag hat sich verringert. Das geht jetzt in positiven Bereichen im ersten Quartal 2021, aber große negative Beiträge. Natürlich Handel, Verkehr, Gastgewerbe ist jetzt sieht man auch wieder deutlich im vierten Quartal und Reisedienstleister. Wir leben also in einer 95 Prozent Volkswirtschaft. Wir fahren mit 95 Prozent und wenn jetzt der dritte Lockdown kommt, wenn diese dritte Welle, nicht der dritte Lockdown, aber die dritte Welle und der Lockdown verschärft wird, ist natürlich damit zu rechnen, dass sich die Erholung nochmal nach hinten verschiebt, je nachdem, wie lange das verlängert wird. Also möglicherweise ein halbes Quartal oder sogar ein ganzes. Zwei Herausforderungen möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir zu den Fragen kommen. Ich habe noch zehn Minuten, das reicht. Dritte Welle, Impfstrategie. Das war natürlich ein heißes Thema, auch am Mittwoch, auch bei den Gesprächen mit Bundeskanzlerin und Ministern. Hier, wo stehen wir international? Naja, wir sind nicht bei den Besten dabei. Hier, gut, ist ja breit diskutiert. Israel hat natürlich schon sehr, sehr viele Menschen geimpft. Hier sehen Sie den Anteil der Menschen mit mindestens einer Impfung. Da sind wir bei 60 Prozent in Israel. Das ist also schon fast die Herdenimmunität. Dementsprechend haben die das entsprechend auch die Wirtschaft schon wieder gelockert. Ich habe mich informiert, mit Reisen dorthin ist nichts und sie impfen auch keine Touristen, falls daran jemand gedacht hat. Aber trotzdem kann man Israel beglückwünschen, dass sie das auch natürlich sehr zügig gemacht haben und auch entsprechend große Mengen bestellt haben. Und soweit die Impfstoffe, die dort verwendet wurden, sind ja auch welche, wo man inzwischen sieht, dass bereits nach der Erstimpfung man vor schwereren Corona-Verläufen geschützt ist. Ein anderes interessantes Land, Chile. Da gab es kürzlich auch interessante Artikel darüber. Chile ebenfalls hat seit Januar sehr, sehr schnell geimpft. Die haben auch sehr, sehr viel Impfstoffe eingekauft. Die haben von allen eingekauft, gab es einen interessanten Artikel kürzlich aus China, aus Russland, aber auch natürlich BioNTech oder AstraZeneca. Haben halt in großem Stil eingekauft, der dortige Präsident. Die haben vielleicht nicht alles richtig gemacht beim Lockdown. Wir haben wieder auf und zu gemacht, haben hohe Infektionen, aber sind jetzt extrem schnell beim Impfen. Also schon über 25 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung. Auch natürlich viel diskutiert, dass die USA hier auf die schon, dass es sehr gut läuft, sind bei 20 Prozent und Großbritannien schon deutlich über 30 Prozent. Man kann also damit rechnen, dass diese Länder bis Mai das schaffen, dass sie 60, 70 Prozent auch impfen und man damit einen deutlichen Fortschritt sieht und die Wirtschaft auch ganz anders öffnen kann. Das heißt, wir fallen zurück. Wir sind in trauter Gemeinschaft mit unseren europäischen Partnern. Wenn Sie jetzt hier die Impfgeschwindigkeit anschauen, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien. Wir liegen also relativ gleich auf. Die Unterschiede sind nicht groß nennenswert. Da gibt es kleine Strategieunterschiede, dass der eine vielleicht schneller auf maximale Zahl der Erstimpfungen gesetzt hat. Oder bei uns wurden auch viele mobile Teams in Pflegeheime geschickt, was sehr effektiv ist, wenn es darum geht, die, die besonders gefährdet sind, zu schützen. Also Todesfälle, schwere Verläufe zu reduzieren, aber vielleicht nicht der schnellste Weg ist, um möglichst viele Leute zu impfen, weil das halt ein bisschen aufwendiger ist. Aber da stehen wir. Hier sieht man aktuell steigen die Neuinfektionen wieder. Hier sehen Sie nochmal die Altersverteilung. In der letzten Welle hat es eben auch wieder sehr, sehr viele ältere Menschen getroffen. Hier sehen Sie, der Altersdurchschnitt ist ja stark angestiegen und insofern auch die Todesfälle. Bei den Todesfällen standen wir ja dann zeitweise deutlich schlechter da, wenn man es pro Kopf rechnet, also pro 100.000 Einwohner als die USA. Inzwischen hat sich das wieder reduziert, aber leider, leider geht es nach oben. Damit haben natürlich auch die Tests etwas zu tun. Also wir testen ja jetzt auch viel mehr selbst. Da bin ich froh, dass endlich, endlich wir das auch machen können. Und das bedeutet aber auch, dass mehr asymptomatische Infektionen entdeckt werden. Die Hospitalisierungen sind glücklicherweise deutlich zurückgegangen. Aber wenn wir uns anschauen, bei den freien Kapazitäten zur invasiven Beatmung hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr viel getan. Die haben sich stabilisiert, aber wenigstens die Hospitalisierungen deutlich zurückgegangen. Hier die Testungen scheinen stabil, aber da kommen natürlich jetzt auch die Selbsttests dazu. Wie sieht es aus hier? Das sind die Impfungen in Deutschland. 1.000 Impfungen, also 300.000 Impfungen hier. Das sind tägliche Impfungen. Und Sie sehen hier die täglichen Erstimpfungen dunkelblau und die täglichen Zweitimpfungen hellblau. Also bei denen sind durchaus durchschnittlich auf dem Niveau von 200.000 Impfungen pro Tag. Das orange nochmal die kumulative Tiefezahl hier bei 8 Millionen. Also wenn man beide Impfungen zusammenzählt. Erst- und Zweitimpfungen. Hier sind die Liefermengen. Das beschäftigt uns ja aktuell. Sie sehen hier Liefermenge Q4, BioNTech-Liefermenge Q1. Und jetzt ab April geht es deutlich nach oben. Und Sie sehen, es geht vor allem deutlich nach oben bei BioNTech-Pfizer. Aber mit 40,2. Ich glaube, das sind Prozent. Also auf jeden Fall mit diesen, mit diesen, na hier stehen links die Millionen Impfdosen. Also da kommt eine ganze Menge. Aber auch hier AstraZeneca, 16,9 grün. Und hier auch im dritten Quartal. Also Sie sehen, wir sind in Bälde, aber eben noch nicht jetzt dort, wo wir mehr als genug Impfstoff haben, wo, wenn es denn wie versprochen geliefert wird. Wir müssen natürlich das auch dann verimpfen können. Glücklicherweise, denke ich jedenfalls, ist AstraZeneca jetzt wieder verfügbar. Aber wahrscheinlich ist die Impfbereitschaft mit AstraZeneca getroffen, weil vielleicht jetzt viele Menschen dem misstrauen. Und natürlich ein signifikanter Anteil der Lieferungen sind natürlich AstraZeneca. Und das sind hier bisher nur die vertraglich zugesagten Liefermengen. Aber immerhin, man könnte dann ab April, Mai sehr, sehr viel mehr impfen. Da ist es die Frage der Strategie. Und wir haben damit uns detailliert beschäftigt. Und eine Sache, die jetzt auch ganz interessant war, wir haben eine Modellierung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung herangezogen. Und da kann man sozusagen verschiedene Parameter eingeben und dann schauen, wie schnell geht es mit dem Impffortschritt fort. Wenn wir also mit der jetzigen Geschwindigkeit das fortsetzen, im Basisszenario blau, das wären also die etwas mehr als 200.000 Impfungen pro Tag. Das sind dann Impfungen nur in Impfzentren, die das Potenzial der Impfzentren nicht ausschöpfen. Da wären wir bei über 300.000, wenn es ums Potenzial geht. 340 oder so. Und hier sehen Sie, wenn wir also im Basisszenario sind, dann dauert es hier bis Ende November, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist sozusagen die Herden, ja, die Herdenimmunität oder was immer die europäische Vorgabe ist, die dem entspricht. Ich wollte Ihnen das aufmalen, aber das, na hier, da sind wir also im November. Jetzt könnte man sagen, Mensch, toll, wer hätte gedacht, dass letztes Jahr im November, dass wir im November alle geimpft haben. Naja, es gab schon Leute wie Bill Gates, die bereits nicht im November, sondern bereits im Frühjahr letztes Jahr gesagt haben, ihr müsst frühzeitig, auch wenn noch gar nicht bekannt ist, wann Impfstoffe verfügbar waren, Produktionskapazitäten aufbauen. Also die Nachricht war da, die Message war klar, aber das ist eben viel zu spät passiert. Da hätte man, denke ich, schon mehr machen können und kann nicht einfach sagen, naja, es ist schwierig zu produzieren. Man hätte ja Kapazitäten entsprechend finanziell unterstützen können bereits im Sommer letztes Jahres. Gut, das ist nicht gut genug, weil wenn wir bis November brauchen, fallen wir natürlich noch weiter zurück und es sterben natürlich auch Menschen oder haben sehr schwere Krankheitsverläufe. Mit einem Szenario, wo wir hier sehen, 50 Prozent, eine Steigerung bei den Impfzentren um 50 Prozent. Also jeden Tag volle Pulle impfen, auch am Wochenende. Wenn wir das schaffen, das ist also innerhalb der Kapazitäten dieses Szenario, dann könnten wir bis Ende Juli das erreichen. Das wäre natürlich, oder auch Juli, August, ja. Das wäre natürlich viel wert. Sehr viel schneller würde es gehen, wenn man zusätzlich auch noch in diesem Szenario zwei die Praxen einsetzt. Und Sie sehen hier, dann sind wir hier vorne. Also wenn man auch in den Menschen, wenn man den Hausärzten in ihren Praxen das auch zur Verfügung stellt, die Impfstoffe, dann könnte man das bis Juni, Anfang Juli schaffen. Das wäre natürlich ein riesen Gewinn auch für die Wirtschaft und natürlich noch viel wichtiger auch an Leben oder an Gesundheit für viele Menschen. Das heißt, man müsste alles anstrengen, um das zu erreichen. Die Impfstoffe, wenn sie geliefert werden, sind dann auch da. Hier sehen Sie nochmal einen Vergleich. Hier die Differenz zwischen verfügbaren Kapazitäten und gelieferten Impfdosen. Und Sie sehen also hier Kalender, das geht relativ schnell dann so weit, dass wir, also das sind natürlich die schnelleren Szenarien, Szenario zwei und drei. Da haben wir natürlich jetzt nicht genügend Impfstoff zu anfangen, um die umzusetzen. Aber Sie sehen auch schon hier Kalenderwoche 25 sieht das ganz gut aus. Also wir können da tatsächlich bald, wenn alles geliefert und produziert wird, wenn es nicht zu weiteren Einschränkungen kommt, bald nach diesen Szenarien impfen und die Impfungen entsprechend steigern. Zum letzten Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, die Insolvenzen und Schuldenentwicklung. Ich mache es ganz kurz. Bei den Unternehmensinsolvenzen hatten wir die Aussetzung der Antragspflicht für Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung bis September, dann nur noch für Überschuldungsgrund und jetzt nur noch komplett ausgesetzt von ganz kleinen Teilen der Unternehmen, die jetzt auch spezielle Unterstützung beantragt hatten. Dementsprechend haben wir einen deutlichen Rückgang bei den Insolvenzen gesehen. Das sehen Sie hier blau, also die blaue Farbe, das sind die Insolvenzen, sind deutlich zurückgegangen hier in 2020, deutlich geringer als in den vergangenen Jahren. Wir haben generell einen Rückgang bei den Insolvenzen, aber jetzt noch mal ein Stück zurück und zwar vor allem bei kleinen Unternehmen. Das sehen wir daran, dass die voraussichtlichen oder durchschnittlichen Forderungen, die sind deutlich angestiegen. Also bei den Insolvenzen, die es jetzt 2020 gab, waren die Forderungen sehr viel höher als durchschnittlich in der Vergangenheit. Das heißt, es sind sehr viele Insolvenzen aufgeschoben worden bei kleineren Unternehmen. Hier sehen Sie noch mal die Marktaustritte und Eintritte. Das will ich jetzt mal nicht so genau anschauen. Es gibt oder diskutieren, können wir noch mal darauf zurückkommen. Die Unternehmensinsolvenzen zeigen natürlich nur einen Teil, rund 25 Prozent der Marktaustritte. Da haben wir eine starke Heterogenität, aber wir sehen im Handel, im Gastgewerbe hier natürlich einen deutlichen Rückgang. Sehen Sie auch hier Gastgewerbe nochmal im vierten Quartal. Es macht natürlich keinen Sinn, in die Insolvenz zu gehen, wenn man noch Hilfen bekommt. November, Dezember Hilfen, also gehen da die Zahlen erstmal zurück. Es gibt auch Neugründungen beim verarbeitenden Gewerbe, auch beim Handel. Da denke ich an Onlinehandel zum Beispiel. Zum Thema Schulden, also die Staaten, da haben wir natürlich einen deutlichen Anstieg. In Deutschland von 60 auf 70 Prozent, aber zum Beispiel in Italien ging das auf 160 Prozent hoch. In Spanien auf 120 Prozent. Frankreich auch ein deutlicher Anstieg in diese Richtung. Also da braut sich was zusammen. Wie sieht sich das in Deutschland aus mit der Schuldenbremse? Dazu noch ein paar Bemerkungen. Wir haben ja eine Ausnahmeregel, also die Schuldenbremse funktioniert. Wir haben für Notsituationen die Ausnahmeregel. Das wurde auch entsprechend 2020 und 2021 angewendet. Wir haben also eine deutlich höhere Nettokreditaufnahme. Auch dieses Jahr, da wird vermutlich nächste Woche nochmal eine Erhöhung kommen, Nachtragshaushalt. Voraussetzung ist, dass man einen Tilgungsplan macht und diese Kredite auch über einen angemessenen Zeitraum zurückführt. Wir haben allerdings auch noch große Rücklagen, zum Beispiel die Asylrücklage. Und das wurde inzwischen, die Zweckbestimmung wurde auch aufgehoben. Die ist bisher nicht eingeplant. Nur in der mittelfristigen Haushaltsplanung sind Entnahmen eingeplant, zum Beispiel 28 Milliarden 2022. Sie sehen also, auch wenn ich das jetzt nicht im Detail diskutiere. Hier ist nochmal der finanzielle Haushaltsspielraum und die Planung. Und da kann man erkennen, dass also zum Beispiel vor 2022 aufgrund der Rücklagen, wenn man die einsetzt, ein Einhalten der Schuldenbremse möglich wäre. Eine Entscheidung muss jetzt nicht gefällt werden. Wir müssen erstmal sehen, wie man durch das Jahr kommt, ob es nicht nochmal zu einem schweren Rückgang kommt. Das wäre natürlich eine andere Situation. Aber in der Prognose, die wir hatten, sieht es zunächst mal so aus, dass es möglich wäre, das nächstes Jahr einzuhalten. Aber wie gesagt, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Weder sollte man jetzt wieder sich verzetteln in Reformdiskussionen, noch muss man sich jetzt festlegen, dass man das einhalten will. Aber das ist die aktuelle Situation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen, ich freue mich von Ihnen zu hören. Ja, vielen Dank, Herr Wieland, für den Vortrag. Dann kommen wir gleich zu den Fragen. Es sind ja schon einige eingegangen. Ich fange mal oben an. Die US-Haushalte halten vor allem durch die Fiskalunterstützung Steuerschecks aktuell enorm hohe Sichtguthaben. 3 Billionen US-Dollar beziehungsweise 15 Prozent am BIP Ende Q4. Werden die Mittel eher in den Konsum oder in die Aktienmärkte fließen? Und was bedeutet das dann? So, eine Sekunde noch. Ich war hier noch etwas beschäftigt. Okay, also die US-Haushalte, Sichtguthaben. Also natürlich, wie auch bei uns, aber USA ist es vielleicht noch stärker, ist natürlich das Geldmengenwachstum stark angestiegen. Da sehen wir diesen starken Anstieg bei den Sichtguthaben, bei den Einlagen, bei den Banken natürlich sehr deutlich. Da kommt jetzt noch einiges dazu in den USA mit dieser Unterstützung. Ob das nun eher in den Konsum oder in die Ersparnis und damit auch in die Aktienmärkte fließt, das hängt davon ab, welcher Haushalt das bekommt. Natürlich gibt es viele Haushalte in den USA, die mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben, die also ihr normales Einkommen auch weitestgehend aufbrauchen, die jetzt auch vielleicht kurzzeitig arbeitslos waren. Es gab ja einen starken Anstieg der Arbeitslosenquote. Das ist jetzt glücklicherweise auch wieder sehr schnell zurückgegangen. Nicht ganz auf das Ausgangsniveau, aber jedenfalls deutlich niedriger als in vielen europäischen Ländern. Und die werden das natürlich weitestgehend ausgeben. Das ist ja auch die Annahme bei uns in der Modellsimulation, die ich angesprochen hatte, dass die Menschen es ausgeben. Das ist also was hauptsächlich zu einer Erhöhung unserer Prognose geführt hat. Für die USA haben wir ja 6,5 Prozent prognostiziert, Wirtschaftswachstum für dieses Jahr. Es gibt aber auch viele Menschen, die eine gewisse Ersparnis haben und viele Haushalte. Ist ja auch die Mehrheit auch in den USA. Und deswegen, das hat man auch zum Beispiel bei den Steuerschecks in der großen Rezession vor der Finanzkrise, nach der Finanzkrise gesehen, die mehrheitlich, die sparen mehrheitlich dieses Geld. Und deswegen, auch wenn die USA da jetzt 9 Prozent reinsteckt und ein guter Teil, also 9 Prozent des BIP und ein guter Teil davon Transfers an die Haushalte sind, werden viele Haushalte den größeren Teil sparen. Und wenn die damit ihren 401k Plan, der dann vielleicht weit in Aktien ist, entsprechend weiterhin alimentieren, fließt natürlich auch einiges in die Aktienmärkte. Und wie ich schon sagte, also die Gelder, die die Bundesregierung an die Bundesstaaten überweist, das war auch in der Finanzkrise so, die dienen hauptsächlich dazu, Ausgaben, die haben ja Personalausgaben für Lehrer, für Beamte, für die Polizei, das sozusagen auf dem Niveau zu halten, wie es ist, dass es keinen Einbruch gibt. Aber das heißt, damit vermeiden die eine gewisse Verschuldung, die Mitgliedstaaten. Und deswegen kann man das nicht als eine erhöhte, als ein Stimulus, der zu höherer Wirtschaftsleistung führt, rechnen. Und deswegen, wie gesagt, wir erwarten also 6,4 Prozent für das Wachstum. Also bei weitem nicht, dass das 1 zu 1 da in Ausgaben geht. Dementsprechend ist die Inflation, der Inflationsschub da von dieser Seite her nicht so groß, wie man das vielleicht sonst befürchten würde. Aber es gibt genügend andere Faktoren, die die Inflation treiben. Und das bedeutet natürlich, dass im Moment Realzinsen stark fallen, weil der Nominalzins ja noch null ist und der Realzins fällt, weil die Inflation in den USA anzieht. Aber vielleicht zur nächsten Frage. Ja, danke. Da haben wir auch noch mal eine Frage zum Thema Aktienkurse. Welche Rolle spielen derzeit die hohen Aktienkurse in ihrem gesamtwirtschaftlichen Risikoprofil? Ja, also es sind ja nicht nur die Aktienkurse. Es sind viele Vermögenswerte, die stark angestiegen sind. Am extremsten sieht man es bei Bitcoin und solchen Dingen, die ja mit sehr hohem Risiko verbunden sind. Wir haben jetzt nicht explizit ein Risiko eines Zusammenbruchs oder eines starken Vermögenspreiseinbruchs einberechnet. Das haben wir erwähnt als eines der Risiken. Wir sehen ja auch bei uns. Die Immobilienpreise sind sehr hoch, aber wir haben das nicht, wir sehen das jetzt nicht direkt am Horizont. Das größte Risiko aus unserer Sicht ist eigentlich, dass im Zuge einer dritten Welle es hier noch mal zu einem tieferen Einbruch der Wirtschaft kommt, dann, wenn es auf die Industrieproduktion überschwappt. Wenn also auch dort letztlich nicht produziert werden könnte im Maße wie jetzt und wir die Nachfrage aus dem Ausland nicht beliefern können. Ich denke, auch solange wir diese extreme Unterstützung haben seitens der Geldpolitik, bleiben die Vermögenspreise relativ hoch. Das ist natürlich keine Garantie, aber auf der einen Seite haben wir diese sehr, sehr starken Aufkäufe der Notenbanken, starke Kreditvergabe und sieht man ja auch bei uns weiterhin deswegen, unter anderem deswegen weiterhin hohe Immobilienpreise. Vielleicht auch, weil die Leute jetzt im Zug auf Homeoffice sagen, okay, da kann man vielleicht auch rausziehen aus der Stadt, aber auf jeden Fall sich vergrößern wollen mit ihrem, mit ihrer Quadratmeterzahl im Zuhause. Das ist natürlich ein Risiko, dass es da zu Anpassungen kommt, dass man im Auge behalten muss. Das kann man nicht auf Dauer machen. Ich denke, jetzt sind die Aktienpreise natürlich auch hoch, weil jeder damit rechnet, dass wir infolge der Impfungen letztlich in absehbarer Zukunft zurückkommen zu einer Wirtschaftsleistung, zu einem Wirtschaften in der Stärke wie vor der Krise und dann auch weiter wachsen können. Ja, also das, denke ich, ist nochmal entscheidender für die Vermögenspreise, für die Aktienpreise, dass es tatsächlich mit dem Impfen klappt. Bisher sieht das gut aus, weil ja die ersten Daten sehr ermutigend sind, dass die Impfstoffe die Menschen vor auch den Virusvarianten schützen, zum größeren Teil und auch die Ansteckungswahrscheinlichkeit wohl zum Teil zu reduzieren scheinen. So, nächste Frage hier. Ich lese mal eine. Was sind nach Ihrer Einschätzung die Hauptgründe für das Wachstumsdifferenzial zwischen den USA und dem Euroraum, auch schon 2020? Naja, wir haben in den USA eine dynamischere Wirtschaft. Sie sehen scharfe Anpassungen bei der Beschäftigung nach unten. Arbeitslosigkeit, dann aber auch wieder einen schnellen Anstieg der Beschäftigung. Das heißt, die Menschen wechseln sehr schnell dorthin, wo eben es jetzt Arbeit gibt, schneller als bei uns. Das kann natürlich, ist einer, kann Nachteile haben, weil die Verbindung, also die wird gebrochen zwischen Arbeitnehmer und Unternehmen, kann aber auch Vorteile haben, wenn es zu strukturellen Änderungen kommt. Wenn also jetzt viel mehr Jobs in Lieferservice sind und halt keine Jobs bei Restaurants, um ein Extrembeispiel zu nennen. Ein zweiter Grund ist, dass vermutlich nicht genauso, auch wenn es scharfe Lockdowns gab, die vielleicht nicht genauso befolgt wurden. Wie auch immer, das ist sehr heterogen, auch in den USA. Und drittens natürlich jetzt der schnelle Impffortschritt. Das macht einen Unterschied. Das sieht man sehr deutlich, dass ja auch die Dienstleistungen in den USA stärker aufwärtsgerichtet sind als im Euro-Raum. Herr Tötter, also ich freue mich immer, ich sehe hier die Namen vorher, das war Frau Hinterlang, jetzt haben wir Herrn Tötter, Herr Zibart hat vorher gefragt. Viele der Zuhörer kennen ja auch hier die Fragesteller, Sie sehen das, Herr Tötter. Der American Rescue Plan. Ich würde jetzt, ja, im Zusammenspiel hatten wir einen Multiplikator von unter 1,5. Das heißt natürlich nicht, dass wir auch denken, wenn da Ausgaben in Investitionen gehen, in öffentliche Investitionen und wenn die sofort umgesetzt werden, da ist sicher der Multiplikator höher, über 1 in der Regel, nach dem Modell, das wir verwenden. Aber das ist eben nicht der relevante Teil der Ausgaben. Haben wir ähnliche Rechnungen zum Multiplikator in der Eurozone gemacht? Naja, für Deutschland haben wir das im Jahresgutachten gemacht, da lag der Multiplikator höher. Einfach deswegen, da gab es ja auch Maßnahmen, die Umsatzsteuersenkung und sehr viele Investitionen und viel weniger Transfers, deswegen war da der Multiplikator da höher. Das ist im Jahresgutachten drin. Wir haben auch eine Umfrage gemacht zur Umsatzsteuer. Herr Temmeier, ja, Herr Lehmann, wollen Sie die Frage lesen? Ja, gerne. Wie stark wird die Inflation in den USA anziehen nach dem großen Fiskalstimulus? Welche Konsequenzen hat das für die Inflation im Eurogebiet? Da müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen in meinen Unterlagen. Also wir haben eine Simulationsrechnung, die durchaus da einen Inflationsbeitrag liefert oder vielleicht verweise ich Sie einfach auf den entsprechenden Abschnitt im Konjunktur-Update. Ich kann es jetzt leider so schnell hier nicht. Ja, doch. Ich schaue mal. Wir rechnen da etwa in der Simulation einen Beitrag von 80, 0,8 Prozent, 80 Basispunkte auf die Inflationsrate. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Geldpolitik reagiert. Wenn die Geldpolitik nicht darauf reagiert, das ist wahrscheinlicher, dann hätten wir einen Beitrag von 1,5 Prozentpunkten auf die Inflation. Ein Teil dieses Anstiegs ist natürlich schon eingepreist. Wir haben ja gesehen, weil das ja zu erwarten war, diese Maßnahmen. Wir haben ja gesehen, bei den Inflationserwartungen, die aus Finanzprodukten herausgerechnet werden, geht das ja über die nächsten fünf Jahre deutlich über 2 Prozent in den USA oder sogar auf die drei Prozent mal zu. Und die Fed hat ja auch gesagt, sie will das. Der Spillover für Europa sowohl auf das BIP als auch die Inflation ist bei uns positiv, aber was die Inflation betrifft, relativ klein. Und das entspricht ja auch dem, was wir bisher gesehen haben. Aber es gibt einen Aufwärtsdruck und darüber sollte sich die EZB ja freuen, über diesen Inflationsanstieg. Ja. Herr Remsberger fragt, unterscheidet sich die Prognose des SVR in wesentlichen Punkten von der Prognose der EZB für den Euroraum? Ich glaube, unsere Inflationsprognose war ein Tick höher, vielleicht 0,2 Prozent, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber interessant ist natürlich bei der, oder 0,1, aber es macht keinen großen Unterschied. Interessant ist natürlich, die EZB macht ja auch eine weitergehende Prognose. Ich persönlich fand es sehr interessant, wenn man die Umfrage der EZB anschaut, den SPF, Survey of Professional Forecasters, da sieht man Inflationsprognosen zumindest eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent über, dass die Inflation über zwei Prozent, vielleicht sogar drei oder vier in den nächsten zwei, auch in zwei Jahren liegt. Oder in drei Jahren. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Leute am Markt, die also denken, das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt eine Gruppe, die denkt, naja, die Inflation könnte ihr Ziel, die EZB könnte ihr Ziel auch überschießen. So. Wollen Sie die nächste Frage lesen, Herr? Ja, wir könnten ja vielleicht nochmal nach oben springen. Ja. Vielleicht nochmal die erste Frage hier. Teilen Sie die Auffassung des Bundesrechnungshofs zur Selbstermächtigung der EU in der Schuldenpolitik in Bezug auf die nationalen Schuldenbremsen? Und wie sehen Sie die geplante Verlängerung der Suspendierung der EU-Fiskalregeln? Gut, ich habe jetzt, muss ich jetzt gestehen, das mit dem Bundesrechnungshof noch nicht gelesen. Ich muss aber sagen, wann immer ich jetzt den Bundesrechnungshof in Deutschland erlebt habe, also die Vertreter, die, das war zweimal bei der, also bei einer Expertenbefragung im Haushaltsausschuss, trat der Bundesrechnungshof sehr scharf auf, auch gegenüber der Bundesregierung, hat zum Beispiel immer dafür plädiert, dass die Rücklagen, also dass die Schuldenbremse, die Ausnahmeregel nur dann gezogen wird, wenn absolut notwendig und hat deswegen die Forderung aufgestellt, dass man die Rücklagen sofort einsetzen wollte. Ich hatte ja erwähnt, dass sie nicht eingesetzt wurden. Insofern nehme ich jetzt an oder nehme auch der Frage, dass der Bundesrechnungshof auch gegenüber der EU das kritisiert hat, die Ausnahmen. Und ich denke auch, wir müssen diese Fiskalregeln natürlich wieder aktivieren. Wir können die nicht länger suspendieren, aber in 2021 schaffen wir es nicht. Also in 2022 vielleicht. Das habe ich ja auch angeregt für Deutschland, dass es zumindest nach der jetzigen Prognose möglich ist. Das Entscheidende an den Fiskalregeln ist, dass wir natürlich auch wieder dazu kommen, dass die Staaten daran arbeiten, die Schuldenquote zu reduzieren. Und das Entscheidende dabei ist das Wachstum. Ich halte nichts davon, jetzt Italien zu sagen, ihr müsst die Steuern erhöhen und somit möglichst schnell euren... Italien hat ja sowieso vorher schon immer einen Überschuss erwirtschaften müssen, um die Zinsen zu zahlen, weil sie eben einen hohen Schuldenstand haben. Man kann sagen, zum Glück sind diese Zinskosten jetzt stark zurückgegangen, werden wohl auch noch weiter zurückgehen. Das ist ja extrem niedrig, was Italien im Moment an Zinsen auf neu ausgegebene Staatsanleihen zahlen muss. Sind zwar noch positiv, aber nicht sehr. Und also am kurzen Ende nicht mehr positiv, aber ich denke immer bei den Zehnjährigen. Aber das heißt, auch Italien profitiert von in Zukunft sehr, sehr niedrigen Zinskosten, einer Reduktion des Zinsaufwandes für den Schulden. Und diese Reduktion muss natürlich eingesetzt werden, um auch die Schuldenquote zu reduzieren. Da muss die Wirtschaft reformiert werden. Da gibt es mehrere Ansatzpunkte, um wirklich zu mehr Wachstum zu kommen. Also Italien, ich nehme das immer gerne als Beispiel, weil die Situation noch extremer ist als in Portugal oder in Spanien. Und Griechenland ist sowieso ein Spezialfall. Also in Italien haben wir seit mehr als zehn Jahren kaum Wachstum. Und das muss sich ändern. Und jetzt haben wir ja Mario Draghi, den wir hier in Frankfurt gut kennen. Und meine Prognose, Mario Draghi ist natürlich die perfekte Person, um das Verhandeln mit der EU nach Italien sehr günstig zu gestalten. Und da geht es ja um die Verhandlungen, wie jetzt die Transfers eingesetzt werden, die man aus dem Aufbaupaket bekommt. Aber mal sehen, ob er es schafft, die notwendigen Reformen. Da geht es ja auch zum Beispiel um eine Reform des Justizsystems, damit also Eigentumsrechte umgesetzt werden können, durchgesetzt werden können, dass auch Forderungen eingezogen werden können oder auch auf Vermögen zugegriffen werden kann. Das muss ja alles schnell auch dann eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Da gibt es viele Reformen, die notwendig sind. Mal sehen, was er da schafft. Aber das wäre natürlich entscheidend. Dann werden wir da herauswachsen können. Für Deutschland, denke ich, ist es wichtig, das Ausgabenwachstum bei den Staatsausgaben einzuschränken, sodass die Staatsausgaben, die müssen nicht zurückgehen, aber die sollten langsamer wachsen in den nächsten Jahren als die Wirtschaft. Dann geht auch die Schuldenkote zurück. Herr Häusler, Gerd Häusler hier, eine Frage zu Wachstums- und Zinsdifferenzialen sprechen für weiter steigenden Dollar und fallenden Euro. Wie stark sehen Sie den Wachstumsschub aus dem Export und den Inflationsschub über in Dollar faktorierte Rohstoffpreise? Das ist jetzt natürlich sehr technisch. Man will ja immer beim Wechselkurs lieber nicht prognostizieren, weil es eben sehr schwierig ist. Zum einen ist es natürlich so, klar, wir haben Druck für einen steigenden Dollar, für einen fallenden Euro. Aber auf der anderen Seite brauchen wir irgendwann auch wieder Aufwertungserwartungen für den Euro. Denn das Zinsdifferenzial ist ja so, dass der Dollar ja viel höher verzinst ist, die Staatsanleihen dort. Das heißt, der Euro dürfte fallen, muss zu einem Punkt, wo dann auch wieder Aufwertungserwartungen bestehen, die groß genug sind. Das sagt die Theorie zumindest. Aber wie gesagt, das ist schwer vorherzusagen, insbesondere jetzt, wo die Notenbanken so extrem intervenieren. Ich sagte schon, generell haben wir einen großen Schub für Exporte, wir haben auch einen gewissen Schub für Inflation. Und da spielt insbesondere eine Rolle der Ölpreis, aber auch die höheren Lebensmittelpreise, die höheren Frachtkosten. Ob zumindest aus makroökonomischer Sicht, ob dann die Rohstoffe in Dollar faktoriert werden oder nicht, ist nicht, letztlich dürfte nicht das Entscheidende sein. Wollen Sie wieder lesen? Ja, gerne. Wir haben noch ein paar Minuten. Es sind noch eine ganze Menge Teilnehmer da, soweit ich das sehe. Der überwiegende Teil hat noch nicht weggeblendet. Wir sind ja noch auch in der Zeit. Und dann haben wir hier eine Frage von Frau Mayer, von Herrn Hoster. Wollen Sie die zwei geschwind lesen? Ja, gerne. Vermuten Sie, dass die EU den Wachstumsvorsprung der USA und China wieder aufholen können wird, auch vor dem Hintergrund der von den Staaten bzw. der EU im Rahmen des NGEU-Programms aufgenommenen Schulden zur Bewältigung der Pandemie. Möchten Sie das gleiche? Ja gut, dann sage ich gleich was davon. Also das nächste passt aber gut. Aber ich sage jetzt schon mal, das wird schwierig. Also wir tun uns generell schwer mit dem Aufholen mit USA. So viel ist klar. Und zwar, wenn wir uns anschauen, die Pro-Kopf-Einkommen oder die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung haben wir schon seit einiger Zeit aufgehört, den Vorsprung der USA einzuholen. Also beim Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung liegen wir in Europa deutlich zurück und da tut sich schon seit mehreren Jahren nichts mehr. Das haben wir auch in unserem Produktivitätsbericht im Januar dokumentiert. Das ist ein bisschen anders, wenn man auf die Wirtschaftsleistungen pro Arbeitsstunde schaut. Da kann also Deutschland oder auch Frankreich sicher mit USA mithalten. Wir sind also sehr produktiv. Aber da liegt es natürlich daran, dass wir pro Person weniger Arbeitsstunden haben. Also entweder weniger Beschäftigte oder dass wir einfach weniger Arbeitsstunden insgesamt im Jahr haben. Das ist soweit also zu USA. Andere Länder, also Italien, wie gesagt, fällt natürlich stetig weiter zurück, weil sie eben in den letzten 10, 15 Jahren kein nennenswertes Wachstum hatten. Ja und dementsprechend relativ zu USA mit dem Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung fällt man weiter zurück. Deswegen ist es auch sehr verständlich, dass die Menschen in Italien nicht sehr glücklich sind über die Wirtschaftssituation. China, gut, China ist natürlich beim Pro-Kopf-Einkommen noch viel, viel niedriger als wir. Natürlich gibt es eine große Mittelklasse. Das sind dann natürlich auch gleich 100 Millionen Menschen, aber es geht ja um eine Milliarde dort. Und davon gibt es eben noch viele mit viel, viel niedrigeren Einkommen als in Europa. Und dementsprechend haben die noch einen langen Aufholprozess vor sich. Und ob die das schaffen, mit der ganzen Milliarde Menschen auf ein europäisches Niveau zu kommen beim Pro-Kopf-Einkommen, und bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung ist fraglich. Das hat nicht jedes Schwellenland geschafft. Aber es ist natürlich klar, wenn das auch nur 200, 300 Millionen schaffen, ist das natürlich immer noch eine Riesenentwicklung für die Weltwirtschaft. Soweit dazu. Jetzt die Frage von Herrn Hoster, wenn Sie die kurz lesen. Ja, das Thema Nachhaltigkeit birgt Wachstumschancen. Wachstum werden wir brauchen, um die höhere Staatsverschuldung zu verkraften. Wie ist Deutschland positioniert, um aus dem Thema Nachhaltigkeit Wachstumsdynamik zu generieren? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also wir haben das auch im Jahresgutachten uns damit natürlich beschäftigt. Da gibt es das Thema Digitalisierung. Es gibt das Thema Klimawandel. Und wie stellt man sich da auf? Wir haben jetzt sehr große Vorgaben beim Ziele, um sozusagen die Emissionen zu reduzieren, sodass wir dann in nicht allzu großer Ferne klimaneutral werden. Das ist natürlich sehr, sehr ambitioniert. Und das wird eine Riesenumstellung erfordern. Und ich denke, um es einfach zu machen in der Antwort, man muss da die effizientesten Mitteln massiv einsetzen. Das heißt, man muss den Emissionshandel ausweiten, also Emissionszertifikatehandel, also den CO2-Preis, das schon mal vorneweg. Weil ohne das geht es nicht. Weil man muss klare Marktsignale setzen. Und man muss diese, das wird ja teuer, diese Umstellung. Und da muss man das möglichst effizient, möglichst kostengünstig machen, möglichst schnell auch dort einsparen, wo es kostengünstig ist und nicht dort, wo es teuer ist. Ja, also Emissionen einsparen. Das wäre Punkt eins. Punkt zwei, man muss zum Beispiel das Steuersystem umstellen. Es macht ja keinen Sinn, per Stromsteuer und EEG-Umlage den Strom massiv zu besteuern, wenn man auf der anderen Seite gerade versucht, CO2-Emissionen zu besteuern. Das muss sich ändern, weil das, was dann im Strom an grüner Energieproduktion reinfließt, kann man ja dann nicht wieder besteuern. Das macht keinen Sinn. Ja, also brauchen wir da eine Steuerreform. Und das wird sicher nicht ganz einfach. Und da wird man wohl auch schauen müssen, dass Menschen, die niedrige Einkommen haben, da das kompensiert wird. Dass generell auch Einnahmen, auch der Staat nicht einfach nur die Einnahmen steigert, sondern das, was er über den CO2-Preis einnimmt, dann auch wieder zurückgibt. Ja, dann braucht es wahrscheinlich auch Subventionen oder Investitionen. Und zu Investitionen kann nicht der Staat stemmen. Und das kann er auch nicht allein subventionieren, sondern man braucht dann auch kluge Anreizsysteme, dass sich die Investitionen rechnen, weil wir einen großen Anstieg der privaten Investitionen hier anreizen müssen. Und es ist sicher auch sinnvoll, da im Finanzsektor zu schauen, dass die ganzen Finanzprodukte einfach transparenter sind. Weil je nachdem, wie Menschen dann anlegen, auch große Anleger, für die ist das ja wichtig. Und umso besser das strukturiert ist, umso stärker kann sich da eine Dynamik entfalten, die das also leichter macht, diesen Klimawandel dann mit entsprechenden Investitionen und Änderungen in den Emissionen, also in der Wirtschaftsstruktur umzusetzen. Das dazu, das kann natürlich auch Wachstumsdynamik bringen, aber es bringt natürlich auch erstmal hohe Kosten. Bei der Digitalisierung haben wir noch riesen Chancen, die müssen wir besser nutzen. Da müsste jetzt auch der Staat kräftig voranlaufen. Wenn wir dann lesen, dass SORMAS, also die Software, immer noch nicht funktioniert bei den meisten Gesundheitszentren oder dem Anschlusssystem für das RKI, dann ist das natürlich schon ernüchternd. Und auch die Corona-App, das geht alles viel besser. Wir müssen da vielleicht auch mal schauen, dass es mehrere Grundrechte gibt und das Grundrecht auf Datenschutz nicht das auf Bewegungsfreiheit dominiert, sondern dass man da abwägen muss. Also wir müssen auf jeden Fall die Möglichkeiten der Nachverfolgung da verbessern. Gut, das wäre das. Jetzt haben wir 13 Uhr. Gut, es ist noch drei Viertel der Leute da. Ich schaue mal kurz, was es noch an Fragen gibt und würde noch eine letzte Antwortrunde machen. Das mache ich mal kurz selber. Herr Langhammer spricht die Frage der Zugangsbedingungen an. Wenn wir exportabhängig sind, sind wir natürlich auch für den Zugangsbedingungen in China, USA abhängig. Völlig richtig. Das ist für uns wichtig und deswegen, ich denke, wir müssen uns immer dafür einsetzen gegen den Protektionismus, weil letztendlich alles, was sozusagen in Richtung Protektionismus geht, schadet uns am meisten. Wir haben ja im Moment eine schwierige Diskussion mit der EU, jetzt mit den Exportrestriktionen für Impfstoffe. Hört sich gut an, aber wir müssen natürlich aufpassen, wie sich das auf uns dann, die wir ja in anderen Bereichen vom Export abhängig sind, dann wieder zurückschlägt, wenn wir da Exporte einschränken. Franz Seitz fragt nach der, wie lange wir da bei den Prognosen Unterstützung annehmen. Naja, die Gelder fiskal, die Prognose bei uns ist ja nur für 2021 und 2022 und die Geldpolitik hat ja schon gesagt, sie will das durchziehen bis 2023 und die Bundesregierung ist auch nicht jetzt zu sagen, die werden noch einen Nachtragshaushalt machen, also die werden jetzt auch nicht massiv die Stimulierung zurückziehen. Also das ist für den Prognosehorizont immer noch sehr stimulierend und Herr Hess fragt nach der 95%-Wirtschaft. Wann sehen wir Deutschland wieder auf Vorkrisenniveau? Das ist um den Jahreswechsel, also Anfang 2022. Aber wenn wir jetzt hier in die Verlängerung gehen, dann verschiebt sich das. Also die Prognose, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich das dann um Wochen, wenn nicht Monate, dann doch nach hinten verschiebt. Je nachdem, wie lang wir jetzt den Lockdown verlängern. Und das müssen wir wahrscheinlich, weil wir einfach zu langsam impfen und nicht genügend Tests da haben. Und ich denke, man muss alles nutzen. Völlig unsinnig finde ich immer die Diskussion, entweder Lockdown oder andere Sachen. Wer dann nach anderen Sachen ruft, der nimmt den Lockdown nicht ernst. Also das macht keinen Sinn. Nee, wir müssen an allen Fronten da Vollgas geben, damit wir eben die Wirtschaft nicht so stark einschränken müssen. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt von Einschränkungen nicht vorbeikommen. So. Regierungszusammensetzung. Ja, da haben wir jetzt keine Annahmen gemacht. Weil, wie gesagt, es geht um eine Prognose. Und ob ein Grüner oder eine grüne Kanzlerin da ein anderes Tempo vorlegt bei den Umweltinvestitionen, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil der Löwenanteil muss vom Privatsektor gestemmt werden. Und da kommt es auf die Anreize an. Und schauen wir mal zurück. Die EEG war auch kein Glücksgriff. Ja, wir haben da extrem viel subventioniert und haben nicht unbedingt so viel damit erreicht. Auch nicht eine Vorbildfunktion, weil wir eine sehr teure Energiewende hatten. Das muss alles besser gehen, damit wir da erfolgreich vorankommen. Aber wie gesagt, da haben wir mehr Zeit beim Klimawandel. Das ist ein längerfristiges Problem. Da ist jetzt schon einiges auf den Weg gebracht. Und da muss man konsequenter auf das europäische Emissionshandelssystem setzen. Also das auf Mobilität und auf Wohnungen ausweiten. Auch Anreize setzen, dass Vermieter ja auch den Anreiz haben, hier Heizungen, Dämmung und Ähnliches zu erneuern. Man kann das denen nicht noch schwer machen. Müssen das natürlich auch auf Wienmieter umwälzen können. Also das sind alles viele Punkte, an denen man da weiter arbeiten kann. Aber akut müssen wir jetzt mal aus dieser Corona-Krise rauskommen. Damit würde ich es jetzt belassen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und die vielen Fragen. Ihnen auch jetzt noch einen schönen Tag. Die Sonne scheint, zumindest hier. Und es ist zwar kalt geworden. Der Winter ist zurück, aber hoffentlich nicht mehr lange. Also alles Gute. Schauen Sie auf unsere E-Mails. Wir werden bestimmt bald wieder ein Webinar anbieten. Es gibt auch immer wieder welche auf Englisch. Und zuletzt war es ja mit dem IWF zu Negativzinsen. Also stay tuned und wir melden uns wieder. Alles Gute.